Die Fragen kommen zu Horoskope, Human Design System, Archetypen, chinesische Astrologie, Astrologie, bla bla, also diese ganzen Sternen, das alles. Wie wirkt das auf uns? Das sind die Muster, die wir mitgenommen haben. Also wir haben bestimmte Muster alle bekommen und diese Muster ist wie Grundlage hier, deine Grundlage. Du bist dann Sternzeichen Stirn, dein Aszendent ist vielleicht Krebs und so weiter. Du bist von chinesischer Astrologie ein Pferd und Pferd bringt mit sich diese und diese Eigenschaften und dein Mond ist in diesem Haus, deine Sonne ist in diesem Haus und so weiter. Oder das Human Design System. Also das alles hat eine Berechtigung im Bezug auf Erkennen, mit welchem Muster bist du hier gekommen. Aber die Frage ist, bin ich das? Bin ich tatsächlich dieser Horoskop oder bin ich das nicht? Ja, natürlich, wenn ich beginne, das alles zu lesen, mich damit auseinander beschäftigen, ich sehe sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Es ist ja cool. Manchmal denke ich vielleicht, ja, wie könnte das sein, dass mein ganzer Charakter hier irgendwo beschrieben wird. Ja, ich erkenne mich. Aber was ist das, was ich da erkenne? Erkenne ich mich wirklich tatsächlich hier dadurch oder ist das auch ein Spiel der Matrix? Und da müssen wir ein bisschen so einen Stopp machen, in uns hineingehen, denn die Antworten liegen in uns, nicht im Außen, sondern in uns. Und wenn wir jetzt in das Gefühl, ich bin, hineingehen, ja, ich bin, ich bin im Moment, ich bin. Wenn du deine Augen jetzt schließt, wenn du beginnst, deinen Atem zu beobachten, wenn du einfach in diesem Sein bist, dann bist du in dir. Und es gibt keinen Unterschied, wenn wir alle jetzt das machen, ja, unsere Augen schließen, uns auf den Moment konzentrieren, dann gibt es gar keinen Unterschied, ja. Es ist egal. Es spielt jetzt gar keine Rolle, ja, ob du verheiratet bist, ob du jetzt vom Sternzeichen jetzt Skorpion bist oder Waage, ja. Ob du Geld hast oder nicht, ob du ein Auto hast oder nicht, ob du Kinder hast, Familie hast. In dem Moment des Seins bist du im Sein. Fertig. Das ist der Moment, das ist die Wirklichkeit, das ist die Wahrheit und es spielt keine Rolle, welche Zeichen in chinesischer Astrologie du hast, ja. Es ist egal. Es ist egal, auch welches Jahr wir haben, es ist egal, was gerade draußen passiert. Es gibt nur diesen einen Moment und diesen Moment dehnen wir aus. So, und dann sind wir total unabhängig von allem. Also, es gibt nicht mal das Wort unabhängig, das ist das Sein, das ist kolossal, das ist einfach da. Fertig. Wenn wir aber beginnen, uns mit irgendwelchen Horoskope zu identifizieren, dann beginnen wir, diese Muster in uns hinein zu programmieren. Ja, ich bin Sternzeichen Löwe, ich bin Sternzeichen Jungfrau und meine Plameten sind bla, 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 bla. Ja, wir laden praktisch das Programm rein in unser System und beginnen, diese Muster auch zu leben. Ja, es ist natürlich spannend, interessant, wir haben damit unsere Zeit schöner gestaltet, indem wir uns damit beschäftigt haben. Aber es ist nicht die Wahrheit über dich. Die Wahrheit ist das nicht, ja. Bist du das? Ja, wenn ich dich frage, wer du bist, wer bist du, dann geht es schon los, ja, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, ich bin eine Managerin, ich bin eine Heilerin, ich bin was auch immer. Aber bist du das? Wenn du wieder zurückgehst in diesem Moment des Seins, bist du das alles? Nein, das sind irgendwelche Rollen, das sind Programme. Aber du bist es nicht. Also, was ist das Fazit von diesem Podcast? Fazit ist, du kannst dich von allem trennen, indem du erkennst, dass das alles deine Wahl war, du hast es gewollt, das alles zu leben, zu erleben, aber du musst es nicht ständig aufrechtzuerhalten, musst du nicht. Du kannst gerne, du musst es aber nicht, ja. Und somit gehst du aus den Beschränkungen raus. Denn 3D ist aufgebaut auf Einschränkungen. Einschränkungen sind ein wichtiger Prozess in 3D. Warum? Weil durch Einschränkungen beginnen wir uns selbst zu erkennen. Haben wir aber keine Einschränkungen, wo sollen wir uns erkennen? Wie sollen wir erkennen überhaupt irgendwas, ja? Wenn du auf einer Insel bist, ganz alleine und es gibt keine Menschen, es gibt niemanden, der dir irgendwas erzählen kann von dir, dann weißt du ja gar nicht, wer du bist. Du hast keine Ahnung, wer du bist. Kannst du dann sagen, ich bin dann, wer bin ich dann? Du weißt nicht mal, dass du eine Frau bist, ja. Wenn du eine Frau bist, ja. Also du weißt es nicht, ja, ob du hübsch bist, ob du dick bist, ob du lustig bist oder kreativ oder diese ganzen Wörter oder ob du 50 bist oder 20 bist, das ist, niemand erzählt dir das und du weißt es nicht. Du bist einfach in dir, du bist, wer du bist. Also wer bist du? Bist du eine Putzfrau? Bist du eine Mutter? Bist du eine Ehefrau? Nein, bist du nicht. Also wenn niemand dir das sagt, dann gibt es alles nicht, ja. Oder wenn niemand kommt und sagt, du bist vage und dein Aszendent ist Krebs, ja. Was soll das? Was ist das für Wörter? Was sind das für Dinge? Du verstehst das nicht. Also in dem Moment, wo wir aufhören, uns mit etwas zu identifizieren, gehen wir in die Freiheit hinein. Und lösen wir uns nach und nach von Programmen und von dieser Matrix. In meinem Telegram-Kanal gibt es täglich neue Informationen, Diskussionen darüber, alles rund um Übergang, 4D-Numerologie, neue Informationen, neue Deutung für Tarot in 4D. Auch natürlich Fragen, Antworten zu diesem Thema. Wer dabei sein möchte, einfach meinen Telegram-Kanal abonnieren. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine persönliche Beratung, du spürst, dass du irgendwo noch in alten Programmen steckst, kannst du gerne auch eine Telefonberatung bei mir buchen. Oder du kannst dich auch erstmal für kostenloses Erstgespräch anmelden und dann entscheiden, ob du eine Beratung mit mir buchen möchtest. Und dann, wenn du das Gefühl hast, du kannst dich auch noch in der Beratung mit mir buchen. Ich bin da diese Strategie, ich bin da bist du schonmal am fetten. Und dann, wenn du da bist, dass du das Gefühl hast, ich bin. Dann, wenn du das Gefühl hast, du zu ..."